Wir sind wirklich drei Gegner, oder? Haben wir irgendwas mit drei Gegnern da? Drei Schattenkriege? Also Kopien von uns? Ah, das sind diese Echsen, oder? Nein, warte, drei Nasenbären? Ach nee, das ist einer, der kommt aus allen drei Ecken. Ja, das ist super. Oh, oh, dieser ist aus dem Dwarftunnel. Was hat diese Möe? Kursen. Sie werden einfach weitergehen. Wir werden diesen so hart verletzen, dass er nie wieder hochkommt. Scheiße, was war denn das, als was die anderen einsetzen? Das ist das Totsie sein. Die Schmerzen auf diese Hubs獄! Das ist die Nahrung auf dem Totsie. Das ist das Totsie. Lieber das Totsie ist. Wie kann das Totsie sein? Sie lassen uns auch ein Torsten inzwischen mit der Totsie. Die Schmerzen auf das Totsie macht das Totsie. Oh, jetzt ist er wieder normal. Ist gut wie bei dem, wenn man trifft immer zwei Dinge. Du springst doch schon absichtlich nach, oder? Nein, jetzt rennen wir raus! Wow! Sehr gut! Was waren das, was die Kombinationsangriften? Ne, das hat mir so ausgeschaut. Oh, er ist stinkelnd. Und tschüss. Oh. Das hat nicht so geil funktioniert. Und wir haben den nächsten. Kommen wir jetzt so wieder zurück? Oh! Lass uns das rausziehen! 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 Oder halt! Kaputte! Ach, fies das Gott, es mich schon wieder an, dass es da... Paar Minuten dabei sind. Wo man mich nicht hört. Ich möchte, dass hier jetzt irgendwas besonderes passiert wäre, aber... Wir können das Genome in den Yota nehmen! Oh, okay, der hat sogar noch geholfen! Schokolade! Ah, das wird die Harp... Ne, die Harp hier wird's nicht sein. Was waren das alles für Gegner, was wir besiegt haben, bevor wir... ...hoben waren? So... Oh, wunderbar... Versuch uns, wir können das nicht ausziehen! Na, von! Nee, weiss! Oh! Sie sind alle kaputt! Der Mauer hinterher Der Mauer hinterher Die Rennen sind schon so geil, damit die Stimme wieder draußen Oh Gott, der ist schon da oben, ne? Scheiße, das war ein wenig Spaß Ich hab's doch gewusst Nachdem sie das so wittlich angehört hat Das ist das, wie ich komm Ich hab's doch gewusst Ahhhh Ich hab schon gesehen, was uns hilft Aus und Schweiß im Wald Ich hab's doch gewusst Ich hab's doch gewusst Ich hab's doch gewusst Einmal Neue Stein-Service Ahhhh Keine Zeit verlieren Keine Zeit verlieren Ich hab's doch gewusst Ich hab's doch gewusst Ich hab's doch gewusst So, jetzt müssen wir durchkommen Und dann geht's auch schon weiter Der zum Drachenherrscher Wahrscheinlich killt man den Drachenherrscher Und der Pupurzauberer überlebt Und der ist dann der letzte Boss Wahrscheinlich Ach, müsste der Gegner als Star sein Habe ich vorbeigekommen? Alter geil Achso, das wars dann auch schon Achso, das wars dann auch schon was denn das wars dann auch schon Was für dich? Was für dich? Ich fühle mich, wie ich alle Inhalte zu verdienen Hier ist nichts Es war so klar, dass ich genau den falschen Weg mir Wage der Göttin? Lot 5 Sf Gegenstand zum Zurücksetzen auf Klasse 1 Waaah, Scheisse Waaah, Scheisse Waaah, Scheisse Waaah, Scheisse Waaah, Scheisse Waaah, Scheisse Waaah, Scheiss Alter, ist das nervig. Ey, Alter. Alter, das war ja schon. Warte mal, wie viel Geld habe ich? 100.000? Das war schon üble Scheiße, Alter. Auf einen kleinen Gang. Drei Viecher setzen, die AOS einsetzen. Und kommt jetzt der Pupu-Freak. Tatsächlich. Impressiv. Du hast es weit gemacht. Aber du bist zu late, trotzdem. Dank dir, der Dragonlord wird sich in seine finalen, complete Form transformieren. Aus den kombinierten Kraftwerken von allen acht Benevodons. Ich will nicht, wer ich gegen. Ich will nicht zurück. Du bist alles fertig. Ich will nicht zurück, meine Mutter. Es ist jetzt akut. Du feige Sau, Alter. Okay. Ich kann mich auch nicht sagen, dass ich ganz gut bin. Der kann nicht angreifen, aber er kann es halt und machen. Ja, shit. Ja, und dann lasse ich mich gleich davon aus. Es gibt halt irgendwie die nächsten, bitte. Was ist das? Ich weiß es, tatsächlich. Ja, aber da gab es doch noch zwei oder drei, oder? Ja, super. Und hier ist eine Sackgasse. Oh. Cooler Aufzüge. Der unten durch den Fels glitscht. Wir sind jetzt endlich fertig, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, durch dieses ganze Reich zu latschen. Ach, natürlich nicht. Das ist alles. Trotzdem ratsch ich jedes Mal rein. Scheiße, kleiner... Passt auf. Kleine Fake-Wilden. Oh. Das ist bloß gerade die Frage, wo soll ich denn hin? Klar, dass wir die nicht gewinnen. Äh, kann ich da rein? Nein! Na verdammt. Das heißt, ich geh da hinten rum, hau wahrscheinlich den Pupurzauberer weg und dann komm ich da hin, um den Drachenherrscher platt zu machen. Ich habe auch so starke Magik gegen einen Kuss eins oder sie. Oh, noch mehr Drachen. So, komm her. So, komm her. Ja. 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 Mehr Hunde gebellen. Ja. Wir wollen Hunde gebellende Aufnahmen haben. Oft ist ja so, dass hier gar nichts möglich davor, ne? Spielstern speichern. Die Frage ist, sind die Eingabe schon hier, oder? Achso, meine Schwester hat er geboten. Oh, scheiße. Bleibt mal da schön draußen. Ja. Danke. Und jetzt. Alter, wie ich von mir ausgehebt habe. Hey. Oh, mein Bissing. Ich soll's für nicht drücken uns zu dem Spiel, wenn du nicht gehst. Ich bin jetzt fertig. Oh, fuck. Ah ha, Schneemann, Schneemann-Faller! Bäm! Ich bin noch weitergegangen, Faller! Die nehmen jetzt auch alles, was wir finden, oder? Oh! So, fertig! Oh! Äh! Ach scheiße, die haben mir geschildert. Oh, okay! What vakst du? Ja! Das war's für heute. Oh, da sind die Dämonen eigentlich immer. Oh fuck. Schön da her. Warte mal, warum haben jetzt die auch schon chill da? Sind die auf 61 die Penner? Kann ich ihn da bewegen bei mir? So, und tschüss. So, und tschüss. Wird auch noch. Das wieder Frost finde ich immer noch lustig. Ah, das ist der Drachenherrscher, oder? Boah. Oh, das ist der Drachenherrscher, oder? Ah, das ist der Drachenherrscher, oder? Boah. Kugelt! Hier geht's! Okay, go! Schauen wir uns doch mal den Lackaffen an. Du musst bist der Drachenherrscher, oder? Oh, wow. Oh, das ist der Drachenherrscher, oder? Oh, das ist der Drachenherrscher. Oh, das ist der Drachenherrscher! Oh, das ist der Drachenherrscher! Oh, das ist der Drachenherrscher! Oh! Es hat nun verabschiedet ihn außerhalb der Erkennung. Jetzt ist diese Macht mein Name! Der Dragonlord wird wieder aufstehen! Venerable Master! Du hast sogar sogar die Gottes der Manna gewonnen! Du bist mehr als ein Gott! Du bist ein Supreme Gott! Mein Herr? Der Lord? Es tut mir leid. Einmal etwas zu verhindern mich. Es ist die Frau der Manor. Achtung. Wie kann sie immer noch sein? Alive? Gut. Wenn sie die Todesmacht hat, werde ich den Todesmacht schlussieren. Die Manche. Lass uns nach dem Sanctuary gehen. Bitte. Geh weiter, mein Herr. Ich werde uns von diesen Pestern. Geh nicht weiter. Geh raus von uns, huh? Try it. Ich darf dich. Ich habe so viel stärker seit der ersten Zeit, dass wir uns treffen. Und das? Das ist der Moment, die ich für mich erwartet. Ich habe so weit gekommen, um dich zu verletzen. Sehr gut. Du wirst schnell verstehen, wie defensivist du bist, in der face der Macht der Dunkelheit. Ich zeige dir selbst! Ha 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 ha! Auf die Kraft des Dragonlorden, wie dein Vater war! Nein! Ich danke dir, Crimson Wizard! Seit dem Tag, dass du mich verletzt hast, ich bin stärker geworden. Ha! Kannst du dir vorstellen, wie viel stärker du kannst, wenn du dein Leben dem Dragonlord geben kannst? Wie dein Vater vor dir! Shut dein Geist! Du denkst, dass mein Vater, Loki, der Golden Knight, wurde geboren? Dein Geist ist eine Reflexion von deinem Geist. Golden Knight ist ein Protektor. Du wirst nicht wissen deine eigene Kraft. Also, du hast etwas, um zu schützen! Jemand wie du, nie versteht die reale Kraft! Oh, es ist kanzig! Du hast du bl womenstern, bevor du die Geist des Dragonlorden! Du hast du wirklich zu verstehen, har du keinen Sinn. He, ich zeige dir, dein Kraft! Jetzt so! Geh jetzt! Geh jetzt! Hupser! Und am Ende der Häuser landet er rum und die Pfunde durch nur was. Typänderung. Wie wäre es wenn wir einfach mal aus Flammen Eis machen würden? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Will you survive? Ja, Roger! Das Power ist verrückt. At this rate... Das muss sein. Das muss sein. Das muss sein. Das muss sein. Schön, alles drauf. Der kleine Bastard. Er kriegt den Rückweg ab. Der kleine Bastard. Wir müssen so hochregen. Der kleine Bastard. Es wird nicht so hochregen. Es wird nicht so hochregen. Warte mal, da hinten ist noch einer. Nein, da hinten ist noch einer. Am Anfang ist es eigentlich eher fast nur Ausweichung und Ausweichung als er... Typ-Änderung, Dunkel, oder? Ja, da hinten ist noch einer. Ouch! Auuuch Ich bin schon wieder dumm, oder? Du denkst, du kannst uns schützen? Das ist wirklich gut gegen Wind. Steine? Ich bin hier. Dein Kraft und Triumph! Hier! Ich bin hier! Will ich überleben? Ich bin hier! Das ist die Kraft des Dragegons! Komm schon drauf! Schnell, schnell, schnell! Ob es sieben? Was ist das? 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 Komm schon! Sehr gut! Was ist das? 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 Komm schon! Steig! Du kannst nicht mehr aufstehen! Das ist so weit wie die Schmerzen wird dir! Was ist das? 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 wurde... uell habe ich keinen Grund dazu geführt? Natürlich ist das Gu настолько! Nicht nur aufhören. Wir müssen es hier enden. Ich danke dir, Duren. Das Böse. Vielen Dank. Hör auf! Bitte! Ich brauche dir, um die Götter der Manna zu helfen. Mutter! Angela? Wo sind wir? Oh, hast du wieder vergessen? Mein Lieber, du musst dich nicht antagernieren, deine Leidenschaft. Erinnerst du, du wird die König von Altena sein. Ich weiß, dass es schwierig ist. Especially wenn die Magik nicht leicht kommt für dich. Aber du kannst du das ganze Zeit, um es zu lernen. Ich spreche an die Götter der Manna jeden Tag. Ich brauche für ihre Götter, damit du die Magik schneller lernen kannst. Mutter! Oh, Mutter! Was ist falsch, Angela? Es gibt keine Chance, um dich zu schreien. Oh, aber bitte, sich an deine Freunde zu erinnern. Ich weiß nicht. Wie ich es gesagt habe, die war unter dem bösen Bann vor. Und sie hat auch niemals ihre Tochter geopfert. Ihr nehmt euch jetzt aber nett Zeit, ihr alles zu erklären, oder? Ich meine, mir ist klar, das ist wichtig, aber... Göttin, Manna, Drachenherrscher, Böse, wenn mit Ohren, Kraft und so... Ich kann nicht glauben, dass etwas so schrecklich passiert ist. Was passiert? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wie kann eine Götter das so schrecklich machen? Selbst wenn ich mich kontrolliert habe, die Idee, dass ich versuchen, zu verabschieden meine eigene Frau, ist... schrecklich. Ich bin wirklich schrecklich verabschied worden. Bitte verabschiede mich, Angela. Nein, ich... Es ist okay, Mutter. Du bist immer die wirkliche Frau, und deine Leute liebe dich. Ich liebe dich. Bitte verabschiede mich über Altena, wie du immer hast. Wir müssen jetzt nach dem Sanctuary der Manna gehen und gegen den Dragonlord. Aber... Ich werde dich sehen, wenn das vorbei ist, Mutter. Danke, Angela. Du musst nach dem Sanctuary gehen ohne Verabschiede gehen. Der Portal ist... für alle, aber... Sie drei. Und deine Ferry-Kampanion. Es geht um dich. Bitte beachtest. Und zurück in diesem Raum, sicherlich. Okay, ey. Das heißt, wir gehen jetzt speichern. Weil ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Die Zeit hat nicht gereicht. Scheinbar sind alle schon da. Ach, leck mich, ey. Ihr wollt mich verliegen. Ähm... Da, da. Wo war denn der Speicherpunkt? Verdammter Pupurzauberer. Da war sie. Rechts. So. Etzer, bedanke ich mich an der Stelle für's Zuschauen. Und ich denke mal, die nächste Folge wird dann die letzte sein. Vermutlich. Oder die nächste Aufnahme ist ja schon auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und Servus.